Hallo Leute und herzlich willkommen zu meinen Tripods. Diesmal präsentiere ich euch mit der Australian Airlines Embraer 195 Economy Class von Wien nach Graz in einem 20 Minuten Flug. Viel Spaß nach dem Intro. Die Zivil ist schon wieder los. So, ich komme gerade von der Sicherheitskontrolle und ich kann sagen, das war sehr miserabel, besonders der Priority-Sicherheitskontrolle, weil es war nur eins frei. Ich wurde zur normalen Sicherheitskontrolle hingeschickt, weil es einen Stau gebildet hat und so und es war alles dermaßen kompliziert. Ich habe fast nicht rausgekommen, in welchen Sicherheitskontrolle stehen bleiben soll und welchen ich den benutzen soll, aber auf jeden Fall ist es ein Glück vorbei und das gehe ich jetzt mal in die Australian Airlines Business Class Lounge, weil auf meine Economics Class fliegt, dass ich Sieber Status habe von der Meister Moor, gehe ich in die Australian Airlines Business Class Lounge hingehen und ich freue mich auf jeden Fall, dass endlich die Australian Airlines Business Class Lounge wieder offen ist. so, also die Lounge von der Australian Airlines, es war nicht schlecht, aber es war dermaßen viel los, wie noch nie, das auch so war gleich, wenn man Hauptpals nehmen möchte. Statt Buffet holen, kriegt man von einer Köchin serviert, ja. Also ich bin jetzt sehr überrascht eigentlich. So, boarding time, let's go, hier haben die Basket, wir fahren mit dem Bus. So, lange Mau fahren, steigern不了 ein Eightify hoch, bis zum alternativen proyecten. Beaching night Okay, okay. Okay, okay. Bordi ist so gecompleted. Ich sitze auch allein. Ohne Verschillnehmern. Sehr angenehm mit Vichsipp, das habe ich auch noch. Und fahre mich auf den Flug. Ja, ich habe den Flug mit meinem Dablaufer gespricht hier Kapitän. Mein Name ist Kurt Stocker, gemeiß Hütmann, erster Offizier. Fahrer Stegerhof freut es mich sehr sehr auf diesem Flug nach Graz. Begrüßt. Hälftenikkü 따�ne, nicht bis Pech勢. Mal die Schreie Divine vachstrecke entnt, Ablaufer ein caring Wolf. Ro ebenso. Leitern messt, Ber 我是 jas Angie Kellner. W 받고 es bist du Dog. Es sollte jeder mit der Schreie des Kinders customers- Schreie der Schreie des Backstates, Untertitelung des ZDF, 2020 Als Kosmos habe ich eine Flasche Wasser bekommen und eine Schokolade. Untertitelung des ZDF, 2020 Als Kosmos habe ich eine Flasche Wasser bekommen. Untertitelung des ZDF, 2020 Meine Damen und Herren, herzlich willkommen in Graz. Bitte bleiben Sie noch so lange angeschnallt sitzen, bis das Anschnallzeichen verloschen ist und verwenden Sie Laptops und andere schwere elektronische Geräte auch weiterhin nicht. Bitte öffnen Sie die Gepäcksecher später vorsichtig, damit aber nichts herausfällt. Sie können nun den Flugmodus Ihrer Mobiltelefone wieder ausschalten. Bitte beachten Sie, dass das Telefonieren an Bord doch weiter hier nicht erlaubt ist. Meine Damen und Herren, es hat uns gefreut, dass Sie heute unsere Gäste waren. Wir wünschen Ihnen noch einen schönen Tag. Vielen Dank und auf Wiedersehen. So und herzlich willkommen in Graz. Ja, der Flug mit der Austrian Airlines in der Prea 195 Economy Club. Der Service war sehr gut, ich habe sogar kostenloser Service. Ich habe sehr komfortabel Flug gehabt, es war nicht viel los. Ich habe sogar den Sitzplatz frei gehabt und ich habe viel Platz gehabt. Und ich bedanke mich mal für Susanne, meine Freunde. Gebt mir einen Daumen nach oben, schreibt mir einen Kommentar, wenn ihr die Frage habt. Und nicht vergessen, abonniert meinen Kanal, drivewithberna.tv. Link unter Bescheid ist auch mein Instagram-Link. Ich bedanke mich mal für Susanne, meine Freunde. Tschüss und servus, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ich bedanke mich mal für Sie.